Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild in der Switch-Fassung. Beim letzten Mal haben wir ja den lieben netten Tempel dort hinten gemacht. Warte, wo ist er? Da. Und wir werden, aber bevor wir hier weggehen, wir haben ja auf dem Dach noch den Krog, den wir uns widmen wollen. Ja, von daher würde ich sagen, auf geht's. Machen wir schnell. Den ganzen Quatsch hier. So, weil durch diese Krog-Samen, die sollen wir ja den Maronus bringen. Ah, Link. Und der Maronus, der gibt uns sogar was dafür, dass wir ihm die Krog-Samen bringen. Also von daher passt das Ganze. Weil wir machen ja nichts umsonst. Schließlich sind wir ein ausgezeichneter Abenteurer. Wir retten Prinzessinnen, vernichten das Böse. Den ganzen lieben langen Tag. Und ich finde, da können wir uns auch mal irgendwo erlauben, ein bisschen was dafür zu bekommen, oder? Untersuchen wir doch mal. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Gut, ich habe jetzt gedacht, wir könnten irgendwie ein paar andere Dinge noch kriegen. Na ja, gut, falsch gedacht. Dann würde ich sagen, reiten wir mal nach Kakariko. Hi, Wuffi. Und schauen, was in Kakariko auf uns wartet. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unseren Flunz. Ja, ist ja gut. Tschuldigung. Und Flunz ist ein gutes Pferd. Flunz weiß, was es tut. Obwohl er uns manchmal irgendwie falsch lenkt. Also zumindest noch. Aber die Zuneigung des Pferdes soll wohl auch steigern. Also soll sich steigern, wenn man die Pferde gut behandelt. Und nicht so wie ich. Denn, wie man sieht, ich habe ihn jetzt hier nicht äußerst gut behandelt. Oh, was steht denn da vorne? Was bist du denn für ein Viech? Warum hast du denn so Angst? Oh, du kannst mich sehen? Ja, natürlich sehe ich dich. Toll, toll. Es ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe. Aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte, hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln. Die Monster haben sie versteckt. Böse Monster. Sie sind hinter den Felsen dort. Und jetzt? Oho, ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Oho, oh. Daher bitte ich dich, bitte hole meine Rasseln von ihnen zurück. Ja, gut. Dann tun wir das. Wir sind ja gut bei der Sache. Also können da schon irgendwie was ausrichten. Deswegen, was ich weiß ist, besser immer mal von oben attackieren. Obwohl, es ist eigentlich Nacht. Da könnte ich auch das eine oder andere anders machen. Aber es sind halt diese fetten Monsterbosse. Das ist halt das Problem. Warte mal. Wir nehmen mal den Soldatenbogen. Der hat ein bisschen mehr Power. So, naja. Auch nicht wirklich. Ich habe halt nur gedacht, der hätte mehr Power. Aber anscheinend ist dem nicht so. Die fressen so viele Pfeile. Das ist echt übel. So. Okidok. Zum Glück kann man ja einige der Holzpfeile wieder aufsammeln. Zumindest die, die man verschossen hat. So. Ok. Was befindet sich denn wohl hier drin? Essen und Pfeile. Ok. Die Lanze brauchen wir nicht. Maronus rasseln. Die haben wir dann. Das ist dann wunderbar. So. Dann bringen wir Maronus seine Rasseln zurück und gucken, was er dazu sagt. Ob er das gut findet? Wir werden es herausfinden. Rasseln. Oho. Das. Das sind meine Rasseln. Bitte gib sie mir. Bitte, bitte, bitte. Ich bin so glücklich. Oho. Aber meine Rasseln. Die Krocksamen im Inneren sind fort. Jetzt klingen sie nicht mehr so toll wie früher. Oho. Wenn ich nur einen Krocksamen hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich deine Tasche vergrößern. Ja, dann gönn dir mal. Oho. Dieser Geruch. Krocksamen. Du. Du hast Krocksamen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir einen Samen gibst, vergröße ich zum Dank einer deiner Taschen. Natürlich. Hier, bitte. Gönn dir. Oho. Fein, fein. Na dann, welche Tasche soll es denn größer sein? Ähm. Die Waffentasche. Ja. Ja. Juhu. So, wir können denen halt jetzt so übelst die Waffentasche aufbärzen lassen. Was wir auch machen. Oho, nun die Waffentasche ist größer. Oha. Oho, du hast noch mehr Krocksamen. Lass mich deine Tasche vergrößern. Ja, dann gönn dir. Ich nehme diese zwei Krocksamen an. Mach. Oh, toll. Komm schon. Tanz mit. Und los geht's. So, das müssen wir eigentlich jetzt jedes Mal sehen, wenn er da rumtanzt. So. Und ich glaube, die Taschenvergrößerung wird immer teurer, oder? Oho, sieh nur, deine Waffentasche ist jetzt größer. Oha. Oho, jetzt ist es schon so spät. Ich muss zurück nach Hause, bevor Großvater sich Sorgen macht. Oho. Tut mir leid. Ich muss los. Krocksamen kann ich aber immer noch gebrochen. Also, bring sie zum Wald der Krocks, wenn du welche findest. Ähm, nein. Warte mal. Du bleibst schon hier. Danke, dass du mir meine Rasseln zurückgebracht hast. Sobald wir uns verabschiedet haben, kehre ich nach Hause in den Wald der Krocks zurück. Oho. Möchtest du mir etwas plaudern? Möchtest du mir etwas plaudern? Krocksamen. Die Krocksamen sind von den Kindern des Waldes, allerdings ziemlich hart. Es wäre wohl unschicklich, weiter darüber zu reden. Was? Oho. Du willst immer mit mir plaudern? Nein. Doch, wo ist der Wald der Krocks? Das interessiert mich. Der Wald der Krocks. Der Wald der Krocks, das muss nördlich von hier sein. Großvater hat immer gesagt, wenn du dich verlaufen hast, folge dem Hylia-Fluss nach Norden. Genau das hat er gesagt. Also muss es stimmen. Oho. Okay. Also wissen wir, wo wir der Wald der Krocks sind. Und ich denke mal, im Wald der Krocks werden wir auch ein bestimmtes Schwert finden. Ha. Wo willst du hin? Halt! So. Okay. Dann geht es ab nach Kakariko. Ja, ja. Entschuldigung. Dieses Pferd macht gerade echt, was es will, ne? Das ist unglaublich. Böser Flunz. So. Das sieht ja alles nach Falle aus. Feuerstein nur rausgekriegt. Und hallo, Jonas Seid. In der Nähe ist aber ein Tempel. Der interessiert uns aber gerade eher weniger. Das hier ist wohl das Dorftor nach Kakariko. Und so wie es sich anhört. Aua, aua, aua. So wie es sich gerade anhört, kommen wir auch dem Ganzen etwas näher. Jetzt müssen wir nur noch Impa finden. Aber bevor wir das tun. Da vorne ist direkt Impas Haus. Und ja, die Aufnahmezeit neigt sich gerade auch langsam dem Ende zu. So. So, zack. Okay, die Hylia Kapuze haben wir uns jetzt gekauft. Die können wir auch direkt ausrüsten. Was wir auch machen werden. Ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Von wegen... Geh mal vom Pferd und drück mal ZL. Und A. Dann B. Oder weißt du schon, was passiert? Nein, das weiß ich nicht. Wenn das Pferd dann wegläuft, dann bin ich irgendwie ein bisschen sauer. So, ZL ist der hier. Dann soll ich A und dann B drücken. Achso, ja gut. Das weiß ich. Dass er sich dann auf das Pferd drauf schwingt. Das meinst du, ja? Das weiß ich. Dass der das macht. Das ist schon so ein echt nicer Move. Nein, das ist es nicht. Okay. ZL und dann A oder B. Dann macht er... Okay. Achso, du meinst das mit dem Grinden hier. Das hier. Dass du quasi... Hier mit dem Runtersliden. Du meinst genau... Ähm... Warte. Das hier. Ja, das sind schon so nice Moves. Ich wusste zwar, dass es geht. Ich wusste aber nicht, wie es funktioniert. Und das ist halt auch was Cooles. Wo ich halt die Community für habe. Die mir dann erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und da sage ich auch immer Danke für die Kommentare. Denn das ist halt wirklich was, was mir weiterhilft. Hm, wer bist du? Das ist Impas Anwesen. Hm. Das ist doch... Der Shikastein? Bist du etwa... Oh ja, der bin ich. Oh. Bitte verzeih unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte trete ein. Alles klar. Da habe ich ja mit dem Pferd irgendwie nicht hochreiten können. Was ich schade finde. Naja. Ein... Mann! Oh. Der Shikastein. Seid ihr etwa von dem Großmutter immer spricht? Li... Li... Äh... Ich habe es nicht vergessen. Ehrlich. Ich... Ich... Bin nur etwas nervös. Ich heiße... Pa... 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 Paia. Puh. Endlich ist es draußen. Du bist schon weird, oder? Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meine eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, habe ich mir meine... Hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte geht hinein, Großmutter. Sie wartet schon lange auf euch. Du bist echt weird. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lang her. Sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor hundert Jahren. Ja. Vor hundert Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf. Ganz alleine stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich ungeduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Gut, aber das werden wir dann im nächsten Part sehen von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Freunde, wenn euch der Part gefallen hat oder wenn ihr so gute Tipps habt wie der Jonas, dann lasst es mich bitte wissen. Denn nur so kann ich auch wirklich das Let's Play weiterführen. Beziehungsweise, was heißt nur so kann ich es weiterführen. Es ist einfacher weiterzuführen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir missbrauchen jetzt Impa's Bett. Legen uns eine Runde hin. Schlafen. Macht es gut. Haut rein. Und ein Daumen nach oben ist immer ganz fein. Deswegen haut in die Tasten. Drückt den Like-Button bis er explodiert. Und bis dann. Ciao.